Hallo, wie geht's denn hier? Ach komm, machen wir mal einen Kampf hier. Mal gucken, wie stark. So, mal komm. Ne, 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 ne. Geil. Weiß ich will, uh. Ach, Fahrer, aber die. Die kommen im Haus, der wir sind. Oh, außer bitte, wir haben eine offizielle Anordnung seiner Eminenz, die Patriarchen erhalten, dich gefangen zu nehmen. Verstehe. Ne, ey. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich würde nicht sagen können. Ich bitte später zu tun. Oh, okay. Ja, die sind dann sogar da. Fun. Ich durfte sowas so nehmen. Ich hasse alles. Ey. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Und das dann wahrnäut. Ja, das geht. Wir sehen uns. Oh, ja, ich weiß nicht, was ich sehen. Fertig ist kein Konto. entspannt hier hoch sind wir dachten das ist aber hier warten ist cool super typen super guys hier ist da das ist gar nicht Bezüglich in den Sparknähe einer rankommt. mehr läuft ich kann es nicht mehr so schnell kommen wir wieder weg doch Oh, ne, war denn vor mir? Ach so, ne, war denn viel in den Inseln. Alles gut. Uh-huh. 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 Here we go. Thunderblade. atom. Hunting piece. Uh-huh. kack Insekten hier, Alter. Aber wie ich geh hier vor, du! Da geht's! Der Stein dabei ist auch gescheidert! Hier wird es ein Stück von der Weg! so mal ja ich läuft danke team dann mit ihm dann mit ihm dann na gut der will um dieses mal da wird einfach das ist ein kurzer der 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 Uuuuuhh Ich gehe nicht mehr, okay Ah, lol Oh, Romaro, okay Hm? Passt richtig, haha Das ist doch vollkommen falsch Aber wir müssen doch hier relativ richtig sein wegen dem Damenbogen da, die da, du da, du da, du da, du da, du da Klar, wir brauchen so, wir brauchen so, wir brauchen so, ähm Gegen dem anderen Ding Öber Ja, kalt, das ist ja nicht Mhm All right Wohl Okay Für mich Ich werde das nicht lernen, aber nicht? Sag, jetzt Ich habe mich, wer es, dass du so viele Leute nicht äußern, solo ich dich nicht äußern kann Ich kann mich, was du so spielig, was du so spielig, dass du das nicht nicht äußern kannst Aber ich kann mich nicht äußern, nur dich, du auch nicht um zu spiel, du einfach nicht, oder? Ach so, ich werde das nicht ausmachricht, du denkst ja gar nicht. Ich kann mich nicht wahr, du denkst ja nicht nur gemein. da sind sie die gesuchten verbrecher nicht so wieder die gerne der betriebe warum tauchen sie immer gerade dann auf wenn wir gehen nun sieh mal ein wenn das nicht das ist ich hoffe dir geht es gut gottlet muss ja das wird ja 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 Das ist mir so schrecklich leid Wir werden gerne nun siehen. Sie trug doch nach meinem Leben. Professor Rain und Genius werden gerutet als die Elbe. Gina stammt aus Mitsu, das jetzt als Verräterstatt betrachtet wird. Und Regal wird auch als Verräter angesehen. Danke. Hör auf zu denken, dass alles deine Schuld ist. Entschuldigung, Lloyd. Es tut mir leid, Lloyd. Und auf dich zu entschuldigen, Alter. Colette! Professor! Colette! Was könnte ihre Schmerzen verursacht haben? Zur Seite. Bitte überlasst es mir. Ja? Gut. Ciao, Blake! Good work, Besserer! He? 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 A? Bé Pruse? Oh. Ich esse glaube. Korin? Korin! Ich bin Rodile, der größte Cunning des des Iron Grand Cardinals. Ich bin Rodile, der schlimmste... ... der schlimmste Karstperson der Sides. Ich hoffe, du nimmst mir den gewissensten. Ja, wir haben uns dagegen, wenn ich die Ausrede übernehme. Design? Warum sind die Designs und Teile auch? Designs und Teile sind ehrlich, Alter. Mach Gang ab. Ja, also wissen wir schon, dass unsere kleine Blüten mal wieder mal eine Blüte drin ist. Verknüchelt! Wiedersehen! Winker, winker! Flack! Hm. Lloyd, willst du Presea beistehen? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich habe den Charme gebrochen. Mit diesem, sie sollte sich zu ihrer echten Selbst zurückkommen. Ja, ich habe den Charme gebrochen. Ich habe den Charme gebrochen. Ich habe den Charme gebrochen. Man sollte sich selbst zurückkommen. Ja, alles gut. Was? Was mache ich? Was mache ich? Wo ist mein Vater? Alter. Vielleicht ein bisschen tot. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Danke für Ihre Unterstützung bei der Beerdigung meines Hates. Danke für Ihre Unterstützung bei der Beerdigung meines Hates. Hast du dich etwas geholfen? Ich war ein großer Bord an Sie alle. Ich war ein großer Bord an Sie alle. Ja, nicht? Und ich war immer noch hier. Erinnerst du dich? Ja. Er war ein großer Bord an Sie. Warum hast du einen Ex hier in deinem Körper? Ich habe ihn von einer Person namens Varly. Ich habe ihn von einer Person namens Valerie... äh... Ich wusste es. Ich wusste es. Well, Varly. Ich wollte meinen kranken Vater retten. Ich wollte lernen, wie man eine Axt, damit ich in meinem Vater arbeiten kann. Ich wollte lernen, wie man eine Axt gebraucht, damit ich die Arbeit meines Vaters stattverrichte. So hat Valerie mich an Rodile vorgestellt. Und ich wurde vom Forschungsinstitut nach Cybeck gebracht. Die Experimente an dir wurden auf Anwälsungen getötet, richtig? Das bedeutet, dass das Design nicht mit dem Papa liegt. Das heißt, die Scheiß-Patriarch und der Patriarch und auch noch zusammen in einer Kiste. Meine Güte. Prasea, hast du eine ältere Schwester? Prasea, hast du eine ältere Schwester? Nein. Hast du überhaupt eine Familie? Ich habe eine ältere Schwester. Sie ging um eine Adelige für ein Nobel und das war das letzte, was ich von ihr gesehen habe. Und meine Mama starb, als ich ein Kind war. Als du entgegen warst? Hey, du bist noch immer ein Kind. Oh, ja, natürlich. Das ist richtig. Auf jeden Fall können wir dich in dieser Stadt nicht alleine zurücklassen, wenn du hier jemanden kannst. Ja, die Leute in dieser Stadt scheinen dich zu meinen. Ich, äh... Ich würde euch gerne begleiten, wenn das für euch in Ordnung wäre. Huh? Warum? Es ist meine Schuld, dass Colette verschleppt. Also bitte, lasst mich bei ihrer Befreiung helfen. Bitte lasst mich auch mit euch gehen. Es scheint, als sei mein Schicksal mit eurem Feind verknüpft. Weiter. Ist das okay mit allen anderen? Alles gut? Wir sind... Wir sind... Wir sind damit so weit gekommen? Ist diese Frage da ja nicht überfüßig? Ich bin okay mit dem? Ist mir nicht? Wahrscheinlich bin ich dagegen, aber... Ich wusste, dass es so enden würde. Na dann, äh... Bann los! Danke. Jetzt lass uns hurry und find Colette. Alles gut. Sie haben... Also, ihr habt die Erwählte verloren. Du, Alter, ne? Was hast du mit Colette gemacht? Rodial ignoriert unsere Befehle und handelt auf eigener Rechnung. Ich weiß gar nichts. Interne Streitigkeiten? Wie pathetisch. Du sagst, was du willst. Either way, he will have no choice but to abandon the chosen. Denkt, was ihr wollt. So oder so, wir haben keine andere Wahl, als die Auserwählte aufgegeben. Was meinst du jetzt? Die Auserwählte ist so, wie sie jetzt ist nutzlos. Du kannst sie gehen lassen. Gott, ich bin schuldig. Wir werden uns in die Quere retten, egal was. Wir werden uns in die Quere retten. Und wenn... Wenn du uns in die Quere kommst, dann aber hier, ne? Kraussalat. Dann... Ich sage, dass ihr die Riordan suchen und um die östlichen Skye. Dann schlage ich vor, ihr sucht... ...die Ri... ...what? Riordan... ...und macht euch auf den Weg in östliche Richtung. Ich bin sicher, dass die Leute in Mizuho die Riordan inzwischen gefunden haben. Ich bin sicher, dass die Leute in Mizuho die Riordan inzwischen gefunden haben. Was will der eigentliche? Ah, wer will der eigentliche? Wenn er nützlich ist, dann lass ihn ruhig gewinnen. Und der... Wenn er nützlich ist, dann lass ihn ruhig gewinnen. Ich verstanden. Insofern, wir gehen jetzt zurück in Mizuho. Ja, verstanden. Aber jetzt lasst uns nach Mizuho bekehren. Okay, dann. Nur um es offiziell zu machen. Willkommen in der Gruppe, Presea! Okay, nur um es offiziell zu machen. Also, wir kommen in unserem Team, Presea. Danke. Oh, okay. Meine süße kleine Presea. Ich werde dich beschützen, okay? Meine süße kleine Presea. Ich beschütze dich, okay? Danke, Zelos. Danke, Zelos. Äh, 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 äh... Come on, let's go! Komm schon ein bisschen los, Mann. Abgang. Ich werde dich auch beschützen. Scheiße. Oh, stop it, Putin. Okay, we can, we can, we can, we can, we can, we can... Untertitelung des ZDF, 2020